Der Naim, der muss noch ein bisschen mehr, jetzt, nachsetzen, genau. Und nochmal, nicht so lange warten, er wartet zu lange. Oh, oh mein Gott, der nächste, der K.O. Ach du Scheiße. Was für ein Highkick. Boah. Oh, da sieht man sogar den Mundschutz rausfliegen, schau das mal an. Boah, also wirklich sauber getroffen, kann man nicht sagen, er steht wieder. Der Gewinner, durch Knockout, Jari Wauters. Aber jetzt nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch an Jari Wauters. Wunderschönes K.O. Fight 24, Home of True Warriors.